Musik Auf der zweiten diesjährigen Exportmesse in Hannover, der Technischen Messe, zeigten rund 1200 Firmen technische Neuerungen aller Art. In acht Hallen und auf dem großen Freigelände waren nahezu alle Industrien vertreten. Der Greifer eines Dieselbaggers von der Firma D-Mag. Landmaschinen der Hannomag-Werke. Auch die Radioindustrie war mit neuesten Typen von Apparaten und Musikschränken vertreten. Musik Ein Leisleicht zu bedienen und zu transportieren. Musik Eine elektrische Hobelmaschine. Musik Eine Sonderhalle war von der Automobilindustrie belegt. Büssing N.A.G. zeigte ihren neuen sogenannten Unterflurmotor, der eine bessere Straßenlage und größere Raumausnutzung ermöglicht. Der neue Borgwart, Typ Hansa 1500, im modernsten Gewande. Auch zahlreiche ausländische Käufer und Fachleute besuchten diese umfassende Schau technischen Fortschritts. Musik Die zum dritten Male nach dem Kriege in Hannover durchgeführte Exportmesse war eine eindrucksvolle Leistungsschau der Industrie Westdeutschlands. 1500 Aussteller zeigten ihre Waren und Produkte. Auch Berlin hatte eine eigene Halle. Musik Der ERP-Pavillon zeigt die Bedeutung des Marshallplanes für Westdeutschland und ganz Europa. Musik Im Gegensatz zu den bisherigen Messen sind jetzt alle ausgestellten Waren sofort in genügender Zahl lieferbar. Die ausländischen Besucher waren erstaunt über die erstklassigen Produkte von absolut friedensmäßiger Qualität. Auch die heitere Seite des Lebens ist vertreten. Jedem seinen eigenen Vogel. Oh, Schmetterling. Musik Und hier eine äußerst angenehme Schaumschlägerei. Musik An die allgemeine Messe schließt sich Ende Mai eine technische Messe an, zu der sich ebenfalls eine große Anzahl Aussteller gemeldet haben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020